So, hallo zur nächsten Folge von It's Better Together und jetzt sind wir an so einer Stelle gern gelangt, wo es ziemlich lustig werden kann, weil wir, schrägstrich ich, öfters mal failen werde. Ich auch, denke ich, wenn ich schon diese Tür sehe. Jumpen und das ist ziemlich blöd. Okay, ähm, oder nicht okay? Ähm, du musstest jetzt nochmal jumpen, gell? Und ich bin hier am Schalter drücken. Warte, sag dann Bescheid, wenn ich drücken soll. Okay, drück. Nein, du hast nicht gedrückt! Ja, zu spät! Ich hab' drück gesagt. Ja, ich hab' drück gesagt. Drück, nein, zu spät! 3, 2, 1, drück immer. Achso, ich muss auch zurück, gell? Äh... Oh Mann, ich hab' drück, warte, springe... Ich hab' sofort gedrückt, wenn du drück gesagt hast. Achso, ich muss jetzt mal hier durch. ConCrafter, Skype, lol. Upsala, upsala, so wie's ausgesicht hat, Skype abgestürzt oder was auch immer, ich muss Aufnahmestopp machen, ansonsten ich verhauen werde. Bis gleich. So, okay, da bin ich auch schon wieder zurück und, äh, das heißt, wir sind wieder zurück. Das war ja grad ein ziemlicher Absturz. Aus welchen Gründen auch immer? Skype ist auf einmal dazu zum Schluss gekommen. Skype ist schuld, ganz klar. Ja, wir labern zu viel Scheiß, dann ist der Anruf beendet und, ja, jetzt muss man neu starten. Gut. Ähm, ich versuch's mal. Zählt bitte runter mit 3, 2, 1, drück. Okay, und dann kann ich auch. 3, 2, 1, drück. Drück. Nein, da hab ich daneben gesprungen. 3, 2, 1, drück. Äh, das versteh ich jetzt nicht. Okay. 3, 2, 1, drück. Ähm, hm. 3, 2, 1, drück. Ja, bin drin. Okay. Okay. Ich denke, wir werden eh ziemlich verkacken. Äh, äh, zu früh. 3, 2, 1, drück. Okay. Bist du gesprintet oder nicht? Nicht gesprintet, so einfach normal. Okay. 3, 2, 1, drück. Bin drin. Gut. Boah, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ne? Ohoho. Oh man, das ist jetzt so ein Druck. 3, 2, 1, drück. Hab's geschafft. Ah. Ah. Zähl. 3, 2, 1, drück. Ja. Ah. So, jetzt können wir theoretisch hier auf die Druckplatte gehen. Ach so, und dann? Hm. Soll ich da nochmal drücken, hier so? Äh, du kannst den Spinnnetz springen. Äh, wow. Prägt aber nix. Äh, wo sind die... Nee, komm ich denn... Da komm ich gar nicht ran. Hm. Äh, ja, gute Frage. Ich glaube, man müsste bei die... Die Spinnen... Man muss auf das Spinnnetz gehen. Nee. Nee, guck mal. Du kannst dich auf die Druckplatte stellen. Dann hoch springen und dann die Druckplatte zumachen. Dann stehst du auf der Druckplatte. Auf der... Okay. Jetzt guck mich an. Ich mach jetzt die beiden da oben. So. Machst du das... Hä? Okay. Du bist schon drauf. Eigentlich erklären. Schnief. Müssen wir die hier, ähm, aufklappen oder was? Oh ne, ich bin runtergefallen, ne? Ist jetzt nicht wahr. Ähm... Äh, ich mach das mal... Warte. Ich mach mal eben... Ja, du wedelst ein bisschen. Ich mach mal eben... Wedel die Wupp und dann... Oh. Oh mein Gott. Du schubst mich nicht runter. Ja, äh... Wollte ich nicht. Äh, wie komm ich jetzt da rüber? Springen geht nicht. Du stoßst sonst den Kopf an die Decke. Warte, halt du mal kurz die Hand vor dein Bildschirm. Ähm, achso, ja. Ich halte sie gerade vor. Oh, oh, oh. Das hab ich gerade ein Echt-Review gemacht gerade. Haha. Ja, okay, okay, okay. So, so, zack, zack, zack. So, Hand wegnehmen. Okay, wir sind dann wieder hier. Jetzt geht's weiter. Okay, jetzt können wir theoretisch... So. So, jetzt musst du da drauf. Bist du schon... Du musst jetzt... Auf die untere und dann ganz schnell die obere auch. Okay. Gut. Jetzt machst du diese da hinten wieder offen. Aber du weißt, wie's geht's, ne? Was? Nochmal? Du stellst dich ja... Genau, jetzt machst du die hier wieder offen. Achso, ja, klar. Aber ich bin nicht ganz hochgekommen gerade. Okay, ich schau hier mal... Achso, ich hab... Weil ich hochgeklappt hab. Ah, weil ich hochgeklappt hab. Ah. Ah, jetzt kommt der noch nach vorne. Okay, jetzt sind wir einfach mal rüber und dann haben wir es fertig. Ah. Wir haben alles geschafft. Nur ich bin einmal runtergefallen, dann hab ich mich halt in Game Mode gemacht. Kann das sein, fürs Jumpen war das grad eben ziemlich gut von meiner Seite. Ja. Unglaublich. Ja. Okay. 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 Ich geh mal links rein. Und... Und... Duduk. Yo. Bam. Oh. Ich hab gehört, irgendjemand hat nochmal erwähnt, dass sie irgendwo mal ein geheimer Spot waren, so ein Wasserspot oder so, was mir übersehen hat. Ja, aber das sind dann vorbeigelaufen, hab ich auch gehört. Da war es... Das war irgendwo am Anfang, da sind wir dann einfach durchgelaufen, da war da irgendwo so ein Wasserding mit einem Geheimnis drin oder so. Hm. War... War jetzt nicht unbedingt zu beachten. Okay. Nr. 16. The next test is a big glass maze of twisty little passages all alike. Don't get convizzled. Aha. Maze. Maze. Labyrinth. Ich geh mal eben die Treppe hoch. Oh, schau dir das hier oben an, das ist ja auch ganz lustig. Ach, das ist wahrscheinlich der Pfad. Oh, das labbelt ich vor. Ja, okay. Und du musst mich... Soll ich oben durch? Weil ich nehm ja grad auf. Okay, dann lots mich einfach mal ganz kurz durch. Sag einfach diese Blöcke vor und so. Jupp. Ich bin... Okay. Nee, stell dich mal genau unter mich. Genau am Anfang vom Glas Dingensin. Naja, stell dich mal einen Block weiter vor. Ja, genau da, bleib da stehen. Ja. Okay. Wenn ich sage, einen Block weiter vor, geh mal kurz einen Block weiter vor. Hä, wo bist du? Einer weiter vor. Ja, ich seh den Namen nicht, weil du gesneakt bist. Achso, oh. Okay, geh mal noch einen. Noch einen. So. Stell dich mal in die Mitte von einem Block. Das ist genau die Mitte eines Blocks hier unten. Okay, du darfst dich aber nicht sneaken. Okay. Geh noch ein, zwei, drei, vier weiter vor. Eins, zwei, drei, vier. Okay, jetzt gehst du, äh, zwei nach rechts. Nach rechts kann ich nicht. Hier ist ne Glaswand. Hä? Musst du aber. Nein, hier ist ne Glaswand. Das geht nur nach links. Ich kann nur in diese Richtung gehen. Aber nicht nach rechts. Hm, dann gehen wir in eine andere Richtung. Dann gehen wir hier hin. Ich könnte mal folgendes versuchen. Ich könnte mal hier entlang gehen. So rum. So besser. Nee. Ja, oder, oder, ich geh jetzt mal hier hin, wo ich stehe mit meinem Namen. Siehst du das? Ähm, gerade... Hab ich wegen voll... Ach, da, ja. Ne, das geht nicht, das geht auch nicht. Das ist zu weit. Bist du da drüben. Hier ist so ne... Dann, dann gehen wir nochmal hier hin. Dann ist das wahrscheinlich der Weg nur spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. Ah, das kann auch sein. Okay, warte, bleib da mal stehen. Bleib mal genau da stehen. Jo. Jetzt gehst du zwei nach oben. Ja. Okay, dann gehst du... Äh... Ich behaupte mal, ich würde auch durchfinden. Relativ kurz sogar, ohne dass mich jemand lootst. Gibt nen guten Trick. Äh, geh mal rechts, äh, äh, drei nach rechts. Ja. Zwei nach vorne. Ja, zwei nach vorne. Ja, zwei nach vorne. Und dann, äh, warte mal, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt gehst du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach hinten. Nach hinten. Das waren neun, okay. Sieben nach hinten, so in dem Dreh vielleicht. Ja. Dann zwei nach, äh... Rechts. Bist du? Ja. Dann drei nach hinten. Mhm. Vier nach links. Jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Massig nach vorne einfach. Genau, massig nach vorne. Dann nach links. Nach links. Nach links geht nicht, ich bin schon an der Wand. Äh, dann, 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 dann rechts. Ähm, hier sind zwei Gänge, den ersten oder den zweiten, also etwa auf dieser Höhe etwa? Ja, auf der Höhe, auf der Höhe. Da? Wie weit? Zwei? Nein. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. So. Wirst du? Ja. Hm, ja, kann hinkommen. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht nach vorne. Ja, genau. Zwei nach links. Ja. Zwei nach hinten. Ja. Zwei nach links. Vier nach vorne. Jo. Ein nach rechts. Zwei nach rechts, dann lass mich raten, hier ist eine Sackgasse bei mir. Nicht zwei, einer. Einer. Ja. Okay. Dann zwei nach vorne. Geht nicht, hier ist jetzt eine Wand. Äh, kann nicht sein. Äh, sowas... Doch, jetzt bist du doch da. So. Ja, okay. Jetzt musst du... Ja, ich verstehe gerade gar nicht mehr, wo du bist. Du gehst irgendwie deinen eigenen Weg. Ja, ich wollte gerade ein bisschen gucken, ein bisschen spionieren, ob es klappt. Aber warte mal kurz. Ja, ich weiß gerade eh gar nicht mehr, wo du bist. Geh mal einfach weiter. Ja, scheint es richtig zu sein. Ja, ja. Jetzt müsstest du irgendwann gleich eine... Äh, ist ja der Name nicht, aber doch da. So. So. Ja, muss das gleich wieder sein. Freestyle. Weil... Ja, bis am Ende? Ja, ich hab Schalter schon betätigt. Müsst irgendwo jetzt hier durchkommen. Perfekt, ja. Ich komm jetzt hier. Tada. Äh... Gut, passt. Der Schluss, der war jetzt so ganz spontan. Hm, ich könnte ja mal gucken und vielleicht geht's ja und... Ja, du hast geraten, oder? Ja, klar. Na klar. Krotten. Klappt doch. Im Prinzip einfach alles ausraten. Mach ich im Leben auch immer. Ja. Lotto. Meistens immer so bei den Schulaufgaben, ne? Warte. Und ich mach mal... Nio, 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 bäow. So. Achso, ich hab gedacht, du wolltest jetzt hier so ein Wow und Dreher reinmachen oder sowas. Ach, Quatsch. Ich hab einfach nur mein Ding auf dem Boden geklatscht. Die Stopp-Uhr sagt 10 Minuten. Okay. Ein Rätsel schaff ich immer noch. Können wir uns ballen. Rätsel 17. Another test about speed. Show me your moves. Okay, ich glaub, das können die sich selber übersetzen. Ist jetzt nicht so schwer. Ich drück mal hier den goldenen Schalter. About speed. Erstmal, worum es überhaupt geht. Äh, drück mal, wenn ich jetzt sage, diesen Schalter hier, okay? Ja. Okay, drück. Ah, nochmal. Wieder hoch, natürlich zurück. Und einmal Button drücken. Muss erst Button drücken. Und wieder gleichzeitig dann gleich hoch springen. Äh, muss natürlich sagen, wenn du drückst, das sehe ich doch nicht. Ah, drück. Drück. Ah, nochmal. Okay. Warte. Warte. Was? Los. Hinter dir. Hat sich gerade alles eingefahren gehabt. Ah, Mann. Schade. Der war gerade draußen. Okay. Drei. Zwei. Eins. Drück. Eins. So, geschafft. Jetzt drücke ich mal den hier oben. Passiert nix. Hm. Vielleicht drückst du mal einfach den. Genau, wenn ich den hier oben drücke, dann drückst du den Schalter bei dir. Ich sag mal drei, zwei, eins und dann drückst du deinen. Ja. Drei, zwei, eins, drück. Nö. Ist das was? Nö. Hm. Hm. Drück mal beide unten. Oder drück da mal, wenn ich den, den goldenen drücke. Warte, warte. Du drückst oben den goldenen, ich drück nochmal hier den Schalter. Guck mal, was passiert. Drei, zwei, eins, jetzt. Kommt nix. Die sind wohl nicht. Oder du drückst bei dir unten den goldenen und ich drück bei mir den goldenen. Okay, beide sind mal gold. Drei, zwei, eins, jetzt. Nix. Was ist jetzt was? Nö. Hm. Mhm. Ähm. Vielleicht musst du nochmal runter und dass du das beide machen. Das heißt, oben hast du einmal gedrückt. Und jetzt machen wir das gleich nochmal, dass ich den oben auch drücke und dann öffne ich's vielleicht. Das heißt, Schalter drücken, wenn ich hier Button gedrückt habe. Also drei, zwei, eins, jetzt. Ja, blöd, so langsam. Mach nochmal hoch, musst wieder zurück machen, hoch. Den Schalter. Du darfst dich nicht direkt davor stellen, du musst dich hier hinstellen oder so. So, hier. Jo. Drei, zwei, eins, jetzt. Ah, zu spät. Vielleicht auch, dass du dann, wenn du hier den Schalter drückst, dann sofort dich hier hinstellst, dann wirst du hochgedrückt und dann einfach hoch springst. Also so habe ich das jetzt gemacht. Hm. Okay. Theoretisch könnte ich ja dann auch eben hoch springen, schnell. Okay, drei, zwei, eins, los. Okay, bin oben. Ich drück mal den goldenen, hat sich was getan. Wir haben, warte mal, wenn ich den goldenen drücke, leuchtet diese Fackel da oben. Jo. Weißt du das? Ja. Vielleicht sollten wir das irgendwie hinkriegen, dass alle auf einmal leuchten. Das wäre eine Option, die Frage ist nur, wie. Okay, warte mal, wenn ich nur diesen Schalter drücke, leuchtet die so drei Sekunden. Hm. Ich drück mal unten hier den Schalter, den goldenen. Wie lange leuchtet dann? Ah, die leuchtet dann. Okay. Vielleicht muss das eine Person alleine schaffen, da was sich da tätigen, da drücken und dann hoch. Dass wir das beide schaffen müssen, jeder auf seiner Seite alleine und dann hoch springen. Warte, lass mal kurz probieren. Wir drücken jetzt beide diesen goldenen hier. Ja. Bei drei, also ich sag drei, zwei, eins drücken. So, dann laufen wir hier hin, drücken den Schalter. Jo. Okay. Warte ganz kurz. Dann gehen wir nach oben. Jo. Den Leather. Okay. Drei, zwei, eins, drücken. Jetzt den Leather. So, den oben und jetzt den. Ja. Ich hab's nicht geschafft. Ah, Spark. Ja, eke doof. Spark, Spark, Spark. Neuschel. Okay, warte mal ganz kurz. Bei mir ruckelt es halt nebenbei ein bisschen. Es ist zu langsam sonst bei mir. Aber da die Folge jetzt eh gleich vorbei ist, müsstest du dann aufnehmen, dann ist es bei flüssiger, dann wird's vielleicht gehen. Wirst du mal so ein bisschen. Da. Nö. Klappt nicht. Du noch da? Hallo. Herr Konkraft, Luca? Kann jetzt sein, dass gerade Skype wieder abgekackt ist. Oh, ja. Skype. Ne, ist noch da. Hallöchen. Hat er gesagt, dass er weg ist oder irgendwas? Hab ich gar nicht zugehört. Jedenfalls folgendes. Die Folge ist voll und da muss ich die halt alleine beenden, wenn er nicht da ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Falle bei ConCrafter. Ich sag mal Tschüss für ihn. Tschüss. Und dann, äh, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.